ja hallo leute ich bin es wieder euer radi radi hat heute morgen ein kleines thema nochmals zum thema lodi con und zwar wie bekomme ich eigentlich meine eigenen log bilder auf den lodi con was muss ich da machen um das zu tun ich habe gesehen es gibt schon ein video darüber wie man das mit dem macintosh macht aber ich habe ja kein macintosh und ich habe windows windows 11 die aktuelle version und dazu habe ich gesehen da gibt es jetzt ein update von log store digital wo das auch beschrieben ist wie das geht und wie das gemacht wird und das will ich heute mal eben versuchen kurz zu zeigen also thema lodi con und meine eigenen log bilder oder eure eigenen log bilder so ich gehe mal hier eben raus dazu gibt es etwas was man wissen muss dann an der stelle so also ich bin jetzt mal ich habe meinen eigenen powerpoint mal eben wieder gemacht dazu oder angefangen sagen wir es mal so wenn ich also meine log habe eine log von mir oder mehrere logs von mir die ich hier drauf bekommen will also hier oben in diese anzeige dann gibt es da verschiedene regeln für und die schauen wir uns mal eben an ich gehe mal eben hier weiter so die regeln die ersten regeln die man dabei beachten muss und das ist wichtig man muss natürlich wenn man sich auf das auf das feld der log bilder begibt dann begibt man sich in die foto bearbeitung und da muss man dann schon ein bisschen wissen was man da tut weil das ist sehr aufwendig sehr zeitaufwendig und 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 dazu gibt es ja auch ein paar videos von mir dazu gibt es jetzt auch eine erklärung von log store digital und da sollte man sich auf jeden fall erst mal dran halten also in dem fall ich sag mal foto bearbeitung aufwendig kann man mit einem kostenlosen programm machen wie gimp das kenne ich aber ehrlich gesagt nicht so gut ich habe da mein photoshop und zwar diese einfach version diese photoshop elements die ich mir mal vor jahren besorgt habe das funktioniert einwandfrei damit oder sonstige andere vergleichbaren programme man kann natürlich auch richtig teure programme dafür nehmen so um aber jetzt log bilder zu hochladen zu können sagen wir es mal so muss ich erst mal was tun denn ich muss erstmal log bilder haben eigene log bilder das wird wie gesagt in den videos von mir beschrieben die verlinkung kommt gleich auf dem nächsten der nächsten seite und hier geht es aber jetzt heute um die eigenschaften von vom lodi con denn ihr wisst ja lodi con ist jetzt dieses neue handheld von log store digital was mir extrem gut gefällt was mir extrem gute dienste im moment leistet weil ich am umbauen bin und ja und da hat man natürlich da sind schon einige log bilder von log store digital drauf ich habe auch gesehen das wird immer mehr aber es ist vielleicht nicht unbedingt mein bild oder nicht euer bild da drauf deswegen das bild kann ich mir erstellen muss ich mir dann vielleicht erstellen und das kann ich dann hier auf den lodi con laden wenn ich folgende bedingungen einhalte nämlich der log name selber darf maximal nur 16 zeichen betragen als die länge des namens das ist sicherlich damit geschuldet dass ich da nicht so viel platz auf dem display habe also 16 ist hier das zauberwort dann die maximale bildgröße darf sein 190 mal 48 pixel das entspricht fast genau oder mehr oder weniger der größe auch vom train controller oder so ein train ist da etwas kann man etwas größer machen bei windige pet ebenfalls aber sagen wir mal das kommt immer wieder in diese richtung also hier beim lodi con sind es 190 mal also 190 die länge an pixel und 48 pixel in der höhe das ist das maß was wir da brauchen und es kann ein bild typ sein vom bild jpg oder png bedeutet jpg hat immer einen hintergrund also irgendeinen hintergrund selbst ein weißer hintergrund ist ein hintergrund und beim png kann ich den hintergrund also ausblenden also durchsichtig machen so ich gehe mal auf die nächste seite hier sind die von mir die erstellten videos damals zum thema train controller log bilder erstellen das thema ist aber im prinzip immer wieder das gleiche also deswegen kann man sich das ruhig vielleicht noch mal angucken den im und export bei train controller und wie erstelle ich denn ein ein log foto selber wie bearbeite ich das da sind die links hierzu an dieser stelle ok dann was hatte ich noch ja die reihenfolge ok die habe ich mal hier so ein bisschen aufgeschrieben aber die wird jetzt praktisch denke ich mal ersichtlich dadurch so ich switche mal eben um und zwar muss ich jetzt hier auf log store digital gehen da sind wir auch schon da habe ich jetzt gesehen es gibt bei der hardware so bei der hardware beim fahren da ist ja das thema lodi con das ist das hier und wenn ich auf den lodi con gehe und man sieht hier schon auch das log bild von den bestehenden log bildern dann ist ja hier in der beschreibung beschrieben wie das ganze funktioniert und da hat es jetzt eine ergänzung gegeben und die befindet sich hier unten die kommt jetzt so also bei der bedienung des lodi cons da gibt es jetzt einen punkt eigenschaften beziehungsweise erstellen von eigenen log bildern hier das hier und wenn ich jetzt da mal drauf gehe das ist praktisch das was ich auch in meinen videos beschrieben habe wie erstelle ich denn jetzt ein eigenes log bild unter gimp zum beispiel hier auch wieder die anforderungen an das bild was man beachten muss und hier ist dann halt ein beispiel dazu die bearbeitung schritte wie man das machen muss welche position man da haben muss welche größe man da haben muss und so weiter und so fort hintergrund entfernen ja nein kann man machen und dann bekomme ich halt irgendwann ein bild und das ist dann das fertig bild hier unten und dieses bild kann ich dann entsprechend verwenden und einfügen ich gehe das einfach mal jetzt hier so durch weil das will ich nicht machen weil das ist ja ein ganz eigenes thema wie gesagt gimp kenne ich nicht ich habe das ganze nur mit photoshop gemacht das ist im prinzip das gleiche und hier sieht man dann auch wieder die skalierung vom bild nämlich 190 mal 43 oder 48 pixel px pixel und das ist dann das bild was ich exportieren kann das ist dann ein fertiges bild hinterher und das bild kann ich dann als ergebnis hier hinein laden in den lodikon und wie wir das machen das gucken wir uns jetzt gleich mal eben an zur info ich muss jetzt noch mal wieder ein bisschen switchen ich habe meine bilder in photoshop gemacht so und ich habe jetzt heute für dieses video mal drei bilder mehr oder weniger mir angefertigt die sehen jetzt alle ein bisschen grob pixel ich aus weil ich sie stark vergrößert habe macht aber nichts ich sag mal so ich habe hier meine momentane lieblings lock mal genommen die wie heißt die sud express dual euro lock die mir sehr extrem gut gefällt die ich aber nicht habe und dann habe ich mal hier meine alte br 86 aus dem video wieder raus gekramt und ich habe halt hier noch meine south and pacific die rio grande lock raus geholt aus den bildern und ja das ist ein originalbild von märklin aus der cs3 was ich mir da runtergeladen habe was man dann machen kann wenn man eben diese bilder datenbank hat das ist ein bild was ich selber irgendwo mal gemacht habe in dem video und das ist ein bild was ich dann halt irgendwie mit einem screenshot mal ab fotografiert habe und habe das jetzt entsprechend so umgesetzt immer mit dem immer mit dem mit dem bezug jetzt zum beispiel zu sagen wir haben ein bild in einer bildgröße von 190 und 48 in der höhe das ist das entscheidende dabei und man sieht jetzt hier auch an dem bild mit den karos dahinter mit den ja genau so da ist also kein hintergrund mehr dahinter und wie das ganze dann nachher aussieht das schauen wir uns jetzt mal an so jetzt geht es eigentlich erst los und zwar also da waren wir und jetzt gehen wir halt was muss ich machen ich muss natürlich dann in dem fall in den lodi programma fx und den habe ich jetzt auch schon mal aufgemacht und ein bisschen schon mal mit rum probiert ist ja klar so da habe ich also meine komponenten mein lodi kon ist eingeschaltet das ist ja ein wlan modul und ich kann auch jetzt hier noch mal drauf gehen und so weiter und so fort und ich habe mir auch da schon ein paar logs ausgesucht ja wie geht es jetzt da los wie kriege ich jetzt meine bilder darauf in dem fall ganz einfach und simpel wenn ich also hier auf den lodi kon wenn ich mich da drauf begebe in dem fall so moment da so ich will doch dahin hallo so wenn ich also auf dem lodi kon bin also den habe ich erschienen meine güte ja das ist der rektor das ist der lodi kon so ich war ja schon da der lodi kon ist da der ist eingeschaltet der läuft dann muss ich als allererstes erstmal hier die datenbank laden und zwar auf dem lodi kon ist eine eigene datenbank von von log bildern und die muss ich jetzt mal erstmal laden damit ich aktuell überhaupt sehe was ist denn hier los weil ich nicht da drauf bin naja ich muss auf das modul gehen so ich bin da so ich sage jetzt datenbank lesen genau so jetzt ist die datenbank gelesen jetzt ist da jetzt ist aktuell und jetzt kann ich zum beispiel mal sehen was ich für ein bild im moment gerade eingestellt habe ich habe jetzt eigentlich müsste ich jetzt eine kamera haben die den lodi kon abfotografiert aber das geht sehr schön hier mit diesem mit diesem reiter bildschirm foto ich kann hier drauf gehen und kann sagen erstellen mal das bild was ich momentan habe und das ist das jetzt also das ist mein aktuelles bild auf dem lodi kon was ich im moment ausgewählt habe und zwar von einer us-log diesel und die bezeichnung steht man hier unten schon drin und dieses bild ist da jetzt drauf weil ich es ausgewählt habe das stimmt aber nicht weil das ist eine ganz andere log sowie geht es jetzt weiter ich muss also dann in dem fall hier einmal auf den lodi kon tippen und dann gehe ich hier auf diese zentralen und das ist auch beschrieben jetzt in dieser beschreibung die da noch kommt und da komme ich dann am ende noch mal drauf das heißt ich gehe hier auf die zentrale und weil ich gerade die ganze datenbank gelesen habe also das was auch der lodi kon schon verbunden hat habe ich deswegen meine zentralen hier nämlich zum beispiel einmal die der 5000 die cs3 von märklin den lodi rektor die anderen komponenten die aber ja nichts zu tun haben jetzt mit mittel lock bildern an der stelle und ich habe auch meine esu und in dem fall ist das eine zweileiter log die ich jetzt hier mal als beispiel raus gesucht habe und deswegen gehe ich hier auf esu dann holt er sich die logs und man sieht jetzt welche bilder ich hier im moment verwendet habe und welche noch nicht verwendet sind so und hier ist meine us csx 78 12 die ich jetzt mit diesem bild belegt habe weil mir das weil ich habe es gibt kein anderes bild im moment davon also muss ich irgendwie mein eigenes da rein fummeln und das machen wir jetzt wie machen wir das ganz einfach ich gehe jetzt praktisch mit der rechten mast maustaste hier auf dieses bild rechte maustaste und dann kommt ein kleines fenster das heißt ich kann das bild entfernen ja wirklich entfernen ja dann ist es weg dann sieht man das auch hier so ich kann auch jetzt sagen ein bild hinzufügen so und jetzt muss ich in die datenbank rein bei mir wo ich die habe und da ist es jetzt eben auch ganz wichtig dass man weiß wo hat man denn sein bild hingelegt das heißt ich bin jetzt auf dem reiter eisenbahn und ich gehe jetzt logischerweise zu einem ordner der heißt log bilder und hier muss man jetzt ein bisschen was log bilder da ist es so und hier in dem reiter log bilder habe ich jetzt meine meine log bilder alle die ich so habe die ich so aus dem internet runtergeladen habe da gibt es ja wirklich super leute die super viele log bilder gemacht haben in allen varianten und dazu würde ich sagen ein großes großes dankeschön an dieser stelle noch mal für alle diese leute die sich ihre eigenen log bilder gezeichnet haben oder oder das ist eine sau arbeit und das kostet das kostet richtig viel zeit und deswegen kann man das gar nicht hoch genug bewerten diese sache also wenn ihr log bilder sucht kann ich nur sagen sucht im internet da gibt es genügend leute die euch da helfen und die die log bilder wenn sie nicht gewerblich sind und so weiter auch frei zum download haben das habe ich hier auch gemacht und habe mir hier zum beispiel bei dem reiter radi hier habe ich mir schon was weiß ich mein pico messwagen als beispiel da kommt schon gehe noch mal dahin da habe ich mein pico messwagen gemacht beziehungsweise mir runtergeladen die bilder den ich dann auch schon eingefügt habe ich habe hier jetzt dann zum beispiel auch die such express drin die wir gerade gesehen haben ich habe dann auch hier die meine original bilder von dem video von der 98 ja genau beziehungsweise 98 oder 86 das waren beides die bilder ja und ich habe auch dann hier unter anderem habe ich dann die log bilder original von märklin die ich da abgespeichert habe beziehungsweise runtergeladen habe und wenn man jetzt mal hier drauf geht dann sieht man was da alles geht beziehungsweise was das für bilder alle sind ja also irgendwo habe ich mir die bilder dann rausgeladen so jetzt gehen wir mal los und sagen mal ja okay ich mache jetzt mal einen kleinen versuch ich gehe mal hier wieder raus warum ich will euch jetzt was zeigen in der bedienungsanleitung von loxer digital steht auch dass man sich an die größe der bilder halten muss soll wenn man das aber nicht unbedingt tut dann ist eine funktion eingebaut die die bilder automatisch auf die größe skaliert und das will ich euch mal eben zeigen so ich habe jetzt hier ein bei such express so da habe ich jetzt paar bilder reingelegt und zwar diese bilder die ich habe haben eine pixelgröße von 708 mal und irgendetwas sie haben einen langen namen such express und so weiter und so fort und wir hatten eben darüber gesprochen das darf denn da man da der darf der name darf nicht zu lang sein eben nur 16 zeichen deswegen habe ich die hier alle ein bisschen gekürzt so ich habe die bilder schon mal auf 190 mal 48 gebracht oder 190 mal 58 oder 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 ich habe sie auch hier auf 700 vom originalbild stehen lassen so und da gibt es jetzt dass es dieses bild hier diese such express 708 mal 217 die kann ich jetzt öffnen nach so die muss erstmal anklicken ja genau und dann sage ich öffnen und dann ist dieses bild hier unten schon praktisch aufgelistet ja und so sieht das jetzt erstmal aus und das ist vielleicht jetzt noch nicht so unheimlich doll außerdem stimmt es auch nicht aber ich will damit jetzt im moment nur zeigen dass man dieses bild da rein laden kann wie mache ich das ich gehe dann jetzt also man sieht jetzt hier wir sind auf der ecos das bild habe ich ausgewählt das ist hier unter der bezeichnung was natürlich jetzt nicht stimmt ich gehe dann hier auf den lodi con wieder auf das modul und jetzt zeigt mir der programmer fx ich habe zwei mal eine änderung gemacht weil ich da gerade jetzt hin und her geklickt habe und die änderung muss ich jetzt übertragen und deswegen sage ich jetzt senden und dann passiert hier unten was dann sieht man wie er die bilder im prinzip in die datenbank einliest einmal und zweimal so jetzt hat er zwei bilder hier geladen und jetzt kann ich auch eigentlich müsste das ja gut das stimmt damit überein genau so und wenn ich jetzt hier drauf gehe und das könnte jetzt nicht sehen weil ich das mache jetzt gehe ich praktisch in meine auf mein lodi con drauf gehe auf die lok die ich haben will nämlich auf die us so gehe dann auf den schraubenschlüssel also ich mache es mal andersrum dabei am bild das ist das bild was momentan drin ist ich gehe hier auf diesen schraubenschlüssel gehe dann runter auf bilder suche dann jetzt in der datenbank das neue bild was ich hinzugefügt habe und das ist das von der sud express 708 mal irgendwas war das so und das wähle ich jetzt an und damit ist es dann drin wenn ich das richtig sehe genau so ich habe das jetzt angewählt und ich sage jetzt mal ich erstelle dieses das kann ich mit diesem bildschirm foto hier erstellen im programmer fx finde ich ist eine sehr gute funktion kann man nämlich jetzt hier sehen was ich gemacht habe weil geladen hatte ich sind die datenbank und er sieht man dass das foto schon da ist das hat dieses foto hat in dem fall keinen hintergrund also ist freigestellt kommt natürlich jetzt nicht so gut rüber weil es eben nicht so eine hohe bildqualität hat insgesamt so jetzt will ich aber das foto auch nicht mehr haben und man sieht hier dran also die aussage es muss 190 mal 108 mal 48 sein stimmt aber wenn sie nicht stimmt dann skaliert der lodi programmer beziehungsweise das ganze was hier zu gehört zu dem lodi konn der lodi grund dieses bild runter auf diese entsprechende größe weil einfach hier nicht mehr platz ist das ist dann absolut okay das wollte ich damit jetzt nur zeigen so ich gehe jetzt also noch mal zurück ich lade noch mal die datei neu damit war aktuell sind ich gehe jetzt noch mal auf zentralen ich gehe jetzt noch mal hier auf die ecos hier ist das bild was ja jetzt nicht stimmt also sage ich ich will das bild ersetzen so ich gehe wieder in diese liste rein was ein bisschen unschön ist ich muss jetzt immer wieder dieses routing für mein verzeichnis auswählen es wäre nicht schlecht wenn das gespeichert werden könnte das ist aber denke ich mal keine sache vom von lockst du digital jetzt das hängt jetzt wahrscheinlich mit windows zusammen wäre aber trotzdem nicht schlecht wenn man das irgendwie mal anders machen könnte denn ich muss jedes mal immer wieder hier rein gehen so jetzt gehe ich mal hier auf den radi ich gehe jetzt hier auf meine auf meine bilder da wo bin ich denn da so auf den test zwei was glaube ich ne das war es jetzt nicht ich bin ich bin wo wollte ich denn hin nach so genau da wollte ich doch gar nicht hin ich will jetzt doch hier auf die anderen bilder ich will auch die märklin genau und bei den märklin gibt es die original bilder und bei den original bildern habe ich auch den radi und da ist jetzt meine log die ich da rein haben will das ist in dem fall eine log die ich hier schon präpariert habe in dem fall mit 190 und 48 pixel die wähle ich jetzt an so das ist jetzt das original bild von märklin das habe ich hier drin und man sieht jetzt schon an diesen bildern die bilder haben jetzt alle immer die gleiche größe aber da ist mehr oder weniger luft oben das heißt wenn hier natürlich mehr luft oben ist dann ist die lok natürlich wirkt sie schmaler und flacher ich habe jetzt hier keine luft gelassen hier auch nicht bei den bildern also wird die wird die lok dann groß größer und sie sieht dann entsprechend so aus so das habe ich jetzt gemacht das bild ist da ich muss es jetzt noch wieder in die datenbank bringen also einmal wieder auf senden gehen so dann ist das gemacht dann ist es wieder da jetzt kann ich wiederum was ihr nicht sehen könnt auf meine anzeige gehen hier und sage mit dem schlüssel ich will jetzt ein bild aussuchen ich suche mir jetzt dieses bild aus von der pacific south and pacific so das ist dieses hier das habe ich jetzt drin das ist drin und das bild sieht jetzt dann so aus so das sieht jetzt schon deutlich schöner aus ja das ist jetzt die south and pacific auf der anzeige stimmt auch nicht mit dieser data mit diesem datum datum mit dieser kennzeichnung überein aber das ist jetzt mal egal so also ja und das ganze geht dann natürlich auch wiederum mit anderen zentralen können wir hier noch mal ein beispiel machen von der cs3 weil ich hatte eben von der 86 gesprochen hier man sieht jetzt die bilder die ich hier schon drin habe nehmen wir mal die 86 man sieht hier dass die 86 einen 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 hintergrund hat der grau ist das kommt daher weil ich die bilder für den train controller gemacht habe ich gehe jetzt mal da drauf bildschirm foto und ich suche mir mal eben die 86 raus da ist sie so ich mache mal das bild auf so so sieht es jetzt im lodi con aus mit der 86 mit hintergrund jetzt machen wir mal was anders ich gehe jetzt wieder auf die lokomotiven ich gehe hier und sage ich will das bild ersetzen das schmeißen wir jetzt mal raus so ich muss dann leider gottes wieder dieses routing hier machen damit ich meine datei wieder findet das ist irgendwie ein bisschen lästig aber okay da kann man auch mit leben sagen muss jetzt mal so jetzt nicht so der punkt aber man man hat dann schnell mal wieder woanders hingeklickt das ist immer ein bisschen bisschen lästig speziell wenn man so viel durcheinander hat wie ich jetzt da will ich auch nicht hin ich will auch noch bilder so ich will jetzt dahin und ich will jetzt dorthin und ich will auf 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 wo habe ich denn jetzt bilder man sollte wissen wo man seine bilder hat ne so hier ist die b da ist die so da ist die 186 machen wir mal eben hier an so das war ein bild mit 306 das ist 100 und noch was das ist 148 das ist ein bisschen kleiner ja genau so nehmen wir doch dieses bild mal png aber noch ein anderes jetzt nein ich glaube das war das wir nehmen das mal die bezeichnung ist auch wieder kurz ne also öffnen nehmen wir das mal so und hier habe ich jetzt meine bär 86 drin die sieht man jetzt die ist schon jetzt ganz anders auch wieder in der höhe weil ich halt eben jetzt bis an die 48 mehr oder weniger mit mit wenig distanz nach oben und nach unten gegangen bin und ich kann jetzt wieder auf den lodecon gehen und sage modul eine datenbank habe ich wieder geändert also sprich eine log in der datenbank also wird die drauf gespielt also die habe ich jetzt angewählt nein ja gut ich habe sie angewählt aber ich muss ja noch die lok aussuchen so die lok ist ausgewählt ich habe jetzt gehe auf bild weil ich muss ja erst mal dieses bild was ich jetzt hier reingeladen habe da ist es so anwählen sonst habe ich ja immer noch das alte wenn ich jetzt hier drauf geht dann wird sich dieses bild verändern achtung ach so ja ich bin da unten okay gut musste das haben ja noch mal so das ist es jetzt so und dann habe ich das bild in der entsprechenden version fall nach rechts vorwärts fahrt schnauze nach rechts vorwärts fahrt ohne hintergrund so sieht es dann aus im lodecon ja das was wollte ich euch noch zu ach so ich wollte euch noch was sagen ja genau dieses ganze was wir jetzt hier gemacht haben das ist wiederum zu sehen hier bei logg store digital da wo auch die eine anleitung ist in dem fall müsste hier auf software gehen so weil das ist ja das thema vom log programmer und hier bei software software lodi fx programmer da gibt es an den lodi con so und da ist dann die beschreibung im prinzip noch mal genau das was wir jetzt im video gemacht haben dass ich erstmal hier die datei laden muss dass ich eine übersicht habe dass ich die zentrale auswählen muss dass ich dann eben hier die zentrale ausgewählt habe hier zentrale weiter auswählen kann dann irgendwann zu meinem log bild komme so das hat man gerade gemacht deswegen und dann kann man hier noch ein paar andere sachen machen die ich aber jetzt auch noch nicht gemacht habe also ich habe jetzt nur bild rein raus so und das ist die beschreibung dazu und wenn ich dann das bild fertig habe dann kann ich das bild ersetzen und fertig so und dann ist es in der datenbank so thema backup wird noch bearbeitet ach so ja und dann wie gesagt da steht es dann entsprechend noch mal wieder drin also das ist das was der radi euch zu diesem thema heute sagen wollte eigene log bilder ja kann man machen eigene log bilder kann man ganz einfach auf den lodi con in die datenbank laden und dann anklicken und anwenden so weit leute bleibt gesund dankeschön nochmal an alle die mich auch ein bisschen unterstützen muss man immer wieder sagen und bleibt gesund und das war es zum thema lodi con und eigene log bilder der radi sagt tschüss für heute tschau